Hallo und Herzlich Willkommen, ich bin euer E-Manum von der Mechanical Gaming und wir spielen heute das letzte Level von Sonic Generations. Ja, das ist die letzte Folge jetzt. Dann haben wir es endlich geschafft. Ich habe es jetzt schon mal angefangen. Deswegen werde ich das jetzt hier mal überspringen. So, letzter Kampf. Das Test ist schon mal angefangen, aber es failed. Ich dachte mir, ich packe das hier in einer Folge. So. Ich habe gesehen, man muss einfach ganz nah hin zu dem. Und dann, wenn wir dann einfach gehen. Ah, dann müssen wir sie aufsteigen, aber... so. Ich wechsle mal wieder. Irgendwie. Ich klappe nicht. Ich klappe nicht. Ich kann das vorerstellen. Jetzt einfach da auf Lust gegeben und der ist näher gekommen. Ich komme doch nicht mal näher. Oder? Kommst du näher? Nein. Scheiße, ich habe keine Dinge mehr. Die Schleuern checke ich auch nicht. Ich klauziert bin auch nicht. Nächst. Ah, ist schlecht. Mann, jetzt... Ja, ja, wissen wir. Wissen wir. So, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt nicht in die Hand ablegen? Da durch, oder? Ja. Ah, genau. Genau so. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe sie genau gleich gemacht. Jetzt kommen wir in einen anderen Modus, oder? Macht jetzt was anderes? Na ja, ja, wissen wir. Verfolgungsschuss ist böser. Ich kann noch gar nicht hoch. Ich habe hier wieder eine Auffassung. Oh shit, ich habe hier auch schon gehört. Ich habe hier keine Mönchen. Ich habe hier einen Arschelang. Scheiße, du hast keine Münzen... Shiiiiiiiit... Nein, da rumwammeln! Nein! Scheiße, man, das ist lauter Spezial, er fängt den Sieg noch irgendwie... Vorne... Mann! Hier sind Münzen... Mann, ist das Scheiße... Wie? Ah, jetzt komme ich ihm näher und dann... Ich fliege dauerhaft Turbos und fliege nirgendwo rein, also... Woran liegt es, dass ich... Aha... Jetzt habe ich auf jeden Fall mehr Münzen... Dunken, komme ich da noch ran? Nein... Ah, Scheiße... Zur Zeit kann man ja noch von den Ebenen nicht mehr fliegen, aber ab jetzt kann ich nicht mehr hoch... Ich kann... Ich scheiße mir an... Ich kann gar nicht mehr... Oh... Man kann ja eigentlich gar nicht wirklich lenzen... Ey, was? Ja, aber das... Ja, aber das... Gibt mir ja nicht mal weg... Das geht nicht... Nein! Du bist jetzt Münzen... Mann! Ich seh die irgendwie unten... Scheiße, wo sind denn Münzen? Da unten... Nein, das sind die Blasen... Fuck... Wo sind denn die Münzen? Ah! Nein! Mann! Wie sieht man der Uhr spät! Pass auf, Sonic! Ich schalte direkt ganz da nach vorne ab, den es ist... Wenn du da rein gerätst, kannst du... Das braucht... turnen... Nö, keine Mitarbeiterin... Ach du mixture... es soll ich mir eins sehen! O, zu gehen? currencies Death, ne... Ich meine Down rumheir! Vor! Nein, mochte ich nicht damit weg. beschäftigen mit was mit in der Hö報 und in von meいる. Genau... linger... Das war... Aber was hat keiner zелюle Jeśli auf Small-Me 어떻게 hinzugehen wo ist... Mann! Hat dismissal! Ich... Wer jetzt keine Münzen spawnt, heißt Spawn keine Münzen. Mann, ist der Boss scheiße. Er geht da durch. Ich komme nicht weiter vor, der bewegt sich ja genauso. Ja, und jetzt? Ich habe doch A gedrückt, hier. Ah, ich bin da. Ja, und warum komme ich jetzt auf einmal näher? Oh, halbwegs viele Münzen. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich hier die Münzen bekomme, weil am Schluss gibt es irgendwie keine mehr. Also, diese Objekte sieht man erst später. Aber ich will es ja nicht, wie es wäre. Das ist ja da. Ich bin einfach dagegen. Was, was macht mir sehr hart? Macht er nichts. Macht er nichts. Macht mich ja nicht langsamer. Aber jetzt habe ich noch mehr Münzen. Ich verstehe, ich habe es ja mit den Händen gewählt. Wenn er mich trifft, macht er nicht mehr. Seid ihr? Ich habe keine Münzen, oder so. Ja, ja. Jawohl. 2 mal haben wir an, 2 mal. Warum willst du... Warum willst du? Nein. Nein, wir nicht Münzen. Scheiße. Also, Münzen. Er sagt mir so... Mann. Fuck zum Fanik. Oh. Mann, scheiß Lover. Scheiß Rantz. Also, dann sind sie wirklich schlecht, genau. Das tut alles nur im Kreis. Was? Was soll ich jetzt tun? Grafikwachse zeigen, oder soll das so sein? Es macht mir doch nicht mal was, das ist das, was ich verstehe. Ich brauche den Angriffen gar nicht ausweichen. Oder? Ja, schön. Bringt mir das. Okay, das heißt, dass das jetzt so näher kommt. Kaum. Oh Mann, ich muss mich jetzt. Ah, habe ich jetzt irgendwie zu mümzen? Achso, da. Nee. Ja, ja, ich lasse, dass ich da rein muss. Aber wie geht das? Pass auf, Sonic. Mann. Komm. Ich verstehe es nicht. Für was habe ich die Attacke? So, endlich. Nein. Ich habe noch die Lücken nutzen. Ich habe noch die Lücken nutzen. Ich habe noch die Lücken nutzen. Ich habe noch die Lücken nutzen, um die Kräfte zu vereinen. Okay, mache ich. Was jetzt? Scheiße. Ich hätte es gedrückt halten müssen, oder? Äh. Yes. Yes. Ah, komm. Sonic, drück den linken und rechten Bapper gleichzeitig, um die Kräfte zu vereinen. Yes. Mach dich hoch. Und so, naja. Ich hätte es halten können. Boom. Sharon. Ist zwar am Kacklevel, aber... Yum, 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 yum. Aber wir haben wieder was zu essen. Ist noch warm. Zeitreisen. Ich gestehe, du hast was drauf, Sonic. Was drauf? Ja. Machst du Witze? Der war total super! Er sammelt wie viele? Wow! Wo will er die ganzen Goldringe denn hinstecken? Ja, stimmt. Keine Ahnung. Tja. Ich sollte mal nachfragen. Ok. Bei Ding, was ist noch? Es war toll mit dir zu arbeiten. Vielleicht hast du ein paar Tricks für die Zukunft gelernt. Ähm, ich meine die Vergangenheit. Ach, du weißt was ich meine. Ja, geht nix. Kumpel, super! Und du wirst nur noch besser. Hey, es geht los! Man kann Tails reden, aber... Naja, egal. Hey, Sonic! Genieß deine Zukunft! Sie wird super! Ja, ha, ha! Los, geh weg! So. Ja, vielen Dank an... Takashi, Itsuka, und... ...Kiroshi, Miyamoto, und... ...Auta-san, und... ...Fuji, Yamaga, und... ...Alla... ...und natürlich... ...Komakika-nenko... ...und was ich noch unbedingt sagen will, ist... ...und was ich noch unbedingt sagen will, ist... ...Ihr Köster, genau, Ihr Köster! Und damit... ...ja, fuck, ich kann sie nicht beenden, Mann! Was war's mit dem Let's Play? Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet... ...bis zum nächsten Mal, schaut bei den anderen Projekten auf jeden Fall rein... ...was ich als nächstes Let's Play werde, werdet ihr noch erfahren... ...und ich sage damit, tschüss, und bis irgendwann anderen... ...tschau, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!